Ja, dann machen wir noch. Wir finden es erschreckend, dass diese Burschenschaften nach wie vor an der Überzeugung festhalten, dass sie als Männer von Natur aus intelligenter sind als Frauen. Wir finden es erschreckend, dass diese Burschenschaften nach wie vor der Meinung sind, Frauen gehören in den Haushalt, gehören an den Herd. Es ist unerhört, dass diese Burschenschaften ihre veralteten sexistischen Regeln und interne Gesetze nach wie vor ungestraft praktizieren. Es ist unerhört, dass solche frauenfeindlichen Organisationen wie Burschenschaften überhaupt noch ungestraft existieren dürfen. Und noch erschreckender und unerhörter finden wir, dass die Stadt Graz dafür und die Räumlichkeiten und damit eine Bühne schlägt. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir erheben unsere Stimmen, denn das, was wir zu sagen haben, ist wichtig. Wir stehen hier für Offenheit und Toleranz, nieder mit vereinteten Frauenbildern. Lasst uns denen die Stimme nehmen, die uns kein Gehör schenken. Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda! Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda! Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda! Wir haben nach wie vor das tragische Problem, dass sich keine Leute gefunden haben, die das Fronttransparent tragen können. Es wäre fein, wenn jetzt Leute vorkommen. Ansonsten würde unser Weggang vom Maria-Hilfer-Platz und aus der Lautstärke dieses Glockengebimmels nur erschwert. Hier sind wir bei zwei Personen, die dankenswerterweise das Fronttransparent tragen. Eine dritte Person, die zumindest irgendwie noch dabei unterstützt, wäre jetzt auch noch sehr hilfreich. Was ist jetzt mit der geliebten Solidarität? Hoch die internationale Solidarität! Aktuell ist die neuste Frechheit, die seit seiner österreichischen Bundesregierung beschlossen wurde, dass es eine Obergrenze für Flüchtlinge geben soll. Die vollkommen unrealistische Zahl von 37.000 Flüchtlingsmenschen ist eine bodenlose Frechheit. Darum, um Europa, kein Amor! Aber es ist ja alles, um Ausdauern! Das ist der Nazi-Propaganda! 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 Jetzt wird die Epidemische bloßen Katastik. Jetzt wird die Epidemische bloßen Katastik.